In diesem kleinen Video zeige ich Ihnen, wie Sie innerhalb der App unter meinbr24 die Nachrichtenauswahl nach Ihren Interessen konfigurieren können. Abonnieren Sie dazu einfach Schlagworte oder Kategorien. Die Schlagworte, wie zum Beispiel Euro, finden Sie am Ende eines jeden Artikels. Um ein Schlagwort zu abonnieren, halten Sie es länger gedrückt, bis es seine Farbe ändert. Sie finden meinbr24, wenn Sie rechts das Menü ins Bild ziehen. Nun sehen Sie Nachrichten zu den Themen, die Sie vorher ausgewählt haben. Um eine ganze Kategorie, wie hier Sport hinzuzufügen, wählen Sie diese oben im Menü aus. Sie können auch Nachrichten aus den einzelnen Regierungsbezirken in Bayern abonnieren. Ziehen Sie dazu den linken Bildrand nach rechts. Drücken Sie oben am Android-Telefon auf das Pluszeichen. Auf dem iPhone ist das der Stern. Alle Nachrichten finden Sie nun automatisch unter meinbr24. Außerdem werden Sie ab sofort per Push-Notifikation über neue Meldungen informiert. Wenn Sie ein Nachrichten-Abo wieder rückgängig machen wollen, können Sie dies im Konfigurationsmenü ändern. Hier schalten Sie auch ein oder aus, ob Sie per Push-Notifikation informiert werden wollen. Außerdem können Sie Ihre Abos auch wieder abbestellen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit der App!